Ich werde die Gildin Escobars Freunde umbenennen, müssen alle Titel Patronen machen. Ja, ich bin auch extra ein halbes Pferd. Nein, boah! Oh Gott, Entschuldigung, oh Gott! Ja, aber dem Spruch nach ist das I love you, not aus dem Stream auf jeden Fall. Ja, es gibt kein Rest, Gyros. Da habe ich erstmal eine halbe Stunde geschissen. Gibt was? Also, ihr könnt ruhig scheiße labern, aber auch richtig spielen. Können wir auch scheiße spielen und richtig labern? Ist es eigentlich noch so, dass nur Dullis das Mount haben? Ja. Ja, habe ich auch gehört. Pa-Pau! Alter, Wasserwerfer, get set. Nice. Get set, Wasserwerfer. Ballus, du darfst jetzt abmaunt und mitmachen. Mounte ab. Dreif den Mob an, du mieser Hund, alter. Komm, Leute. Was ist das? Ich weiß, Edgy Boy. Bist du verwöhnt? Ja. Dann funktioniert sie also. Ich kann Farben schmecken. Kron mit einer Agrar-Waffe, Junge. Welcome to your Nightmare. Alter, hier sind lauter Möpse. Was? Möp? Ja, hier. Möpse, ich sehe Möpse. Guck, meine Möpse nicht an, okay. War noch keine gelassenheitlich. Ich habe eine 3%-ige Chance, dass ihr Raid vibed. Nein. Deshalb machst du das immer. Was denn? Alter. Wallus hat das Schmerdekrieg? Was ist das denn? Titanic schmiedet, Digga. Gibt es das? Hunter-Item. Ich habe nur keinen Sinn für Fashion-Hastcraft. Ey, oh, sorry. Das ist normal, dass Kat gar nicht an der Luft schmähen. What the fuck? Ich habe die Mahne. Ich habe die Mahne. Ich kriege jetzt bestimmt ein paar Schellen. Aber es ist ja eh nur Dennis, der dann bestimmt stirbt. Ja. Mit Ansage. Dann hole ich jetzt mein Pet Amalgam-Soße raus. Er setzt ihn einfach. Amalgam-Soße. So, benehmt euch. Was für eine Soße? So, alle sind da. Aber heute möchte ich ja keiner mehr. Ich würde jetzt gerne eine Folge Lilo und Stitch gucken, in denen Bratensoße ihren Charakter synchronisiert hat. Auf Japanisch. Auf Japanisch. Kannst du mal für mich sagen, Ohana heißt Familie-Hübchen? Warum? Irgendetwas stimmt hier nicht. Na, was machen? Schön, Junge. First Try. Hey, was ist los? Hey, cool. Sehr gut. Wann, wie die mich angekotzt haben, Alter. Nein. Ich mache das nicht. Fick dich, ey. Entschuldigung. Was denn? Lule, du hattest gestern nicht Geburtstag. Ich habe gesagt, ich hatte Geburtstag. Ich habe nicht gesagt, ich hatte gestern Geburtstag. Mein Gott, komm mal zu, ey. Ja, und ich sage, du hattest gestern nicht Geburtstag. Das hast du nicht gesagt. Du hattest nicht Geburtstag. Nicht, ich hatte gestern. Ja, habe ich gesagt, dass ich gestern Geburtstag hatte. Das ist ja Gold, Alter. Das ist ja geil. Aber der hat mich so aufregt manchmal, dieser Spasti, ey. Du musst halt öfters mal da sein, wenn Gennys auch dabei ist. Nein, das verpiss dich. Kurze Zwischenfrage, hatte irgendwer Abortsache letzter Zeit eigentlich? Aufregeln. Ja, aufregeln. Ey, wir können. Du bist schon. Du bist schon. Du bist schon. Untertitel. Du bist schon.